Du stehst auf mich. Du fühlst dich zu mir hingezogen. Manipulier mich, damit ich vergesse, dass ich ihn geliebt habe. So bist du bereit dafür. Wie könnte ich dafür bereit sein? Du musst sie endlich loslassen. Ich kann dich nicht verlieren. Ich brauche dich. Ich weiß nicht, wie lange ich noch kämpfen kann. Nichts ist unsterblich. Vampire Diaries, die finale Staffel. Ab Donnerstag, 30. März, 20.15 Uhr auf Six.